Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, heute zum fünften Kapitel des ersten Petrusbriefes des Neuen Testamentes, den wir uns hier anschauen wollen. Heißt, von Vers 1 bis zum letzten Vers aus der Bibel, dem Neuen Testament, werde ich euch hier wieder alles vorlesen und zugleich auch erklären. Vers 1, den Ältesten, die unter euch sind, rufe ich auf als der Mitälteste und Zeuge, der des Christus, der Leiden und der künftig offenbart werden sollenden Herrlichkeit Teilhaber. Ja, jetzt geht es an die sogenannten Pastoren oder auch Aufseher genannt oder Hirten, die sich hinter den Ältesten hier verbergen, also die sozusagen die Voraussetzungen erfüllen, die wir im Timotheus- und Titusbrief vorfinden, die sozusagen die Aufseher der Gemeinde sind, wenn sie denn die Voraussetzungen dafür erfüllen. Und er selbst, Petrus, bezeichnet sich auch als Mitältester. Das kann man auch gut mit der Schrift ja belegen, da er eine Schwiegermutter hatte. Wenn er eine Schwiegermutter hatte, die an Fieber erkrankt ist, die Jesus geheilt hat, dann war er auch verheiratet. Man muss ja auch Mann einer Frau sein, wenn man Ältester werden will. Und so wurde natürlich Petrus Pastor der Gemeinde und womöglich deswegen auch auserwählt von Jesus als Leiter der Gemeinde zu der Zeit, als er berufen wurde. Ja, und er selbst auch war natürlich Zeuge über Jesus, seinen Weg, sein Leiden, was alles zu seinen Lebzeiten hier auf Erden geschah, seitdem er getauft wurde, missioniert wurde von Jesus, dass dort er selbst das alles so miterlebt hat bis zu seiner Kreuzigung. Ja, aber natürlich wusste Petrus auch, ja, dass er, ja, zumindest glaubte er es, nennen wir es mal so, er wusste es, weil er ihm auch erschienen ist. Das heißt, Jesus selbst nach seinem Auferstehung als verherrlichtes Geistwesen, ja, und diese Herrlichkeit, ja, soll er auch wieder offenbar werden in der Zukunft, in den nächsten circa 50 Jahren. Ja, und wir werden natürlich dann auch Teilhaber sein dieser Dinge. Vers 2. Hirtet ihr, also das ist dahinter mit gemeint, der Hirte, der Pastor, der Älteste, er hirtet. Hütet würde man übersetzen, aber wörtlich heißt es halt hirtet. Ja, was der Hirte auch macht. Hirtet ihr das unter euch Herdlein? Ja, also die Christen in der Ortsgemeinde, die keine Pastoren sind, ja, ja, die werden dann hier dementsprechend dann halt hier so angesprochen, dass jene natürlich hier, ja, die Aufgabe haben, diese ganzen Christen in der Ortsgemeinde zu hirten, sich um sie zu umsorgen, wie ein Hirte sich um die Schafe kümmert, ja, des Gottes, ne, also die hier, ja, als Gläubige gelten in der Gemeinde. Beaufsichtigend nicht genötigt, sondern freiwilligerweise. Auch nicht schändlich gewinnsüchtig, sondern eifrig. Ja, sollte hier am besten vorhanden sein, diese Eigenschaft, ja, nicht, dass jemand da gedrängt wird, mach das jetzt, du erfüllst die Voraussetzungen, du musst jetzt, sondern man soll selber die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, ich erfülle es und ich mache es freiwillig. Ich gehe freiwilligerweise in den Dienst des Pastors Ältesten Aufsehers Hirten, ja, und kümmere mich um die Ortsgemeinde, ja. Und natürlich auch nicht, wie gesagt, da kann man natürlich dennoch als Pastor, ja, durch die Gemeinde finanziert werden für diese Aufgabe, ob eine Teilzeit oder Vollzeit, je nachdem wie groß die Gemeinde ist und finanzielle Möglichkeiten da sind, weil das beansprucht natürlich auch viel Zeit, wenn ein Pastor sich um die Gemeinde kümmern muss, vor allem wenn sie anwächst und größer wird. Und darauf soll natürlich der Pastor nicht zielen und sagen, ich ziehe den Leuten jetzt das Geld aus der Tasche, sondern nehme nur so viel, wie auch zur Verfügung steht in der Gemeinde und das man selber auch zum Leben braucht. Ja, da muss man mit einem guten Maß natürlich vorangehen. Ja, egal, ob es erstmal da eine Entschädigung gibt, eine Aufwandsentschädigung durch die Ortsgemeinde oder nicht, je nachdem wie es leistbar ist, also trotzdem eifrig bei der Arbeit als Hirte sein. Der Lohn kommt dann natürlich übergangsweise erstmal von Gott, bis die vor, ja, die Menschen vor Ort, die in der Gemeinde sind, selbst dann auch ihren Teil dazu beitragen. Das sollen sie natürlich dann auch. Vers 3. Auch nicht als Herrscher der Losteilhaber, sondern als Vorbildern werdet der Herde. Ja. Also auch hier, dass man nicht hier so als Herrscher auftritt. Ja, jetzt habe ich hier das Sagen, ich würde jetzt hier alle beherrschen, ja, sondern wie gesagt, vorbildlich vorangehen, so wie Jesus auch tat als Oberhirte, ja, immer als, ja, der, der an die Front geht, sozusagen, da hier, die die Verantwortung trägt und das Auge über alle hat, ja, über die Herde, wie es hier heißt, ja, und die soll natürlich aufschauen zum Hirten und sich nicht ängstigen vor dem Hirten, der über sie herrscht. Vers 4. Und beim Erscheinen dann des Hirtenfürst, das ist natürlich Jesus, der Oberhirte, ihr werdet abholen, den Unverwälglichen, den Kranz der Herrlichkeit. Ja, so ist die Aufgabe, ja, so ist die Aufgabe, dann auch in der, ja, Auferstehung, ja, dass man dann halt auch zum Ältesten automatisch wird, ein Königpriester, ja, der auch Aufseherfunktionen hat, Amtsfunktionen, um die Gemeinde halt, ja, zu leiten und sich um sie zu kümmern, die dann halt noch da ist, ja, in irgendeiner Form. Sei es jetzt die Gemeinde auf Erden, die vielleicht noch nicht an Christus gläubig geworden ist, alles zu seiner Zeit dann. Ja, ne, also, das ist das Ziel, dass auch der Pastor soll ja auch in die Herrlichkeit eingehen oder ein Pastor jeweils, ne, also, Ziel soll es natürlich sein, so zu sein, wie Jesus auch ist, eines Tages. Vers 5, gleicherweise Jüngere, ordnet euch unter den Ältesten, alle aber einander ordnet euch unter, die demütige Zusammenkunft in ihr umgürtet euch, da der Gott, die stolz sind, sich widersetzt. Den Demütigen aber gibt er Gnädiges. Ja, sollen natürlich die Gemeindemitglieder, die halt kein Pastor sind, ja, sich dem Ganzen unterordnen, ja, dem System, ja, den Ältesten, ja, der Gemeinde. So ist die Ordnung bei Gott, ne, dann werd selber Pastor, heirat deine Frau, zeuge Kinder, mach die ganze Arbeit, kannst selber Pastor eines Tages werden in 10, 20 Jahren, bis dahin hast du dich halt an die Ordnung zu halten. Natürlich kann man einen Pastor, der Sünde dich zurechtweisen über den Weg, den die Gemeinde vorschreibt, ja, da muss man natürlich auch schauen. Ja, ja, es ist jetzt nicht so, dass ein Ältester jetzt lernen und machen kann, was er will, er muss auch kontrolliert werden, dass er nach der Schrift auch handelt, lehrt und lebt. Ja, ne, und wer das nicht machen will, sich widersetzt dem Ganzen, den Ordnungsprinzip von Gott, ja, der wird, wie es hier heißt, ja, auch, ähm, ähm, äh, von Gott nicht beachtet, ja, aber der sich da unterordnet, da bekommt man von Gott halt Gnadengeschenke, so nenne ich es mal, ja. Vers 6, demütigt euch nun unter die mächtige Hand des Gottes, ne, die Hierarchie bei Gott, ne, ganz oben, dann Jesus, ja, und dann halt die Pastoren, ja, könnt ihr natürlich die Apostel noch mit reinbringen, Aber die sind ja jetzt ja nicht so da, ne, also das ist so der Hintergrund des Ganzen, dass man hierauf dann auch achten muss, ja, ne, auf das euch er erhöhe in rechter Frist, ne, also dann, wenn es so weit ist, dass man dann selber halt, ja, ähm, hier am Ziel ankommt, ja, wo Gott einen hinhaben möchte, aber es liegt ja an dem Menschen selbst, ob er daran teilhaftig werden möchte oder nicht, ja, aber da zählt es halt, sich Gottes Ordnungen zu unterwerfen, nicht das, was Menschen wollen, sondern was in der Bibel steht, nach dem Ordnungsprinzip der Gemeinde, sollen alle Christen dann auch leben. Vers 7, jede der eurer Sorgen werft auf ihn, da er selbst sich kümmert um jenes eures, ja, also gibt es Probleme, ja, dann immer an Gott wenden, Gott mitteilen, Gott bitten, dass er sich um die Sachen kümmert, ja, dafür ist ja das Gebet und die Zuwendung an Gott auch gedacht, ja, aber nach seinem Willen geschieht es, wir können nicht bei Gott alles bitten und hoffen, Gott wird uns dann alles geben, sondern was wir bitten, wie die Schrift sagt, wenn wir nach seinem Willen bitten, ja, wird uns Gott das geben, das muss natürlich im Willen Gottes alles sein, ja, und das wissen wir halt nicht, was wir beten, wir können es trotzdem beten, beten wir so viel, wie wir können, um alles mögliche, ja, weil irgendwas davon wird sicherlich im Willen Gottes sein, ja, und wenn wir halt das nicht bekommen, was wir erbeten, dann kümmern wir uns das nächste, ja, nächste Gebetsanliegen, ja. Also nüchtern heißt ja, ja, dass man Herr seiner Sinne ist, wachen seid ihr, also aufpassen, um sich herum was geschieht, ja, aber wenn man angetrunken ist, dann verliert man auf die Beherrschung über sich selbst und ist nicht mehr so wachsam und das kann sich natürlich dann negativ auswirken, ja, der Satan sucht in der Gemeinde genau nach solchen Christen, die unordentlich wandeln oder nicht mehr beherrscht sind, um sich ihrer zu ermächtigen oder in irgendeiner Weise dort Probleme zu bereiten, ja. Welchem widersteht ihr? Man soll ihm widerstehen, gefestigt in dem Glauben, also dass man auch im Glauben alles so glaubt, wie es die Schrift sagt und sich nicht von den irdischen, weltlichen, philosophischen, ja, Sachen einfangen lässt, dass man mit dem Glauben auf einmal Probleme bekommt, ja. Wissend dieselben der Leiden, was halt oftmals, Leiden führen oftmals zum Abfall des Glaubens, ja, dass man sich von Gott abwendet, wenn man Leid erfährt, das soll nun halt nicht sein, ja, dieselben der Leiden, in den, Moment, in der euer Welt oder eurer Welt Bruderschaft auf sich vollenden werden. Ja, Jesus hat gelitten, auch wir werden leiden müssen. Es gibt kein von Gott aus gegebenes Zuspruch, dass die Menschen, egal ob sie gottesfürchtig sind oder nicht, es mag zwar den Regelfall geben, dass die Masse der Menschen, die nach Gottes Geboten leben, vielleicht nicht so groß bedrängt werden mit Leiden, sondern eher die Sünder, aber das andere ist halt so, dass es auch immer mal Auserwählte gibt, die bestimmte Werkzeuge Gottes sind, die sehr wohl leiden. Jesus hat gelitten, die Propheten haben gelitten, obwohl sie jetzt auch nicht, dass man so lesen kann, starke Sünder waren oder so, ja. Ja, deswegen, das, was Jesus erlitten hat, zu Unrecht gelitten, also um des Glaubens willen wohlgemerkt, ja. So auch die Bruderschaft, das heißt, die ganzen Gläubigen, ja, untereinander, die an Jesus glauben, ja, werden auch dort, die Leiden sich darin vollenden. Also auch da wird sich das vorfinden, versehen. Ja, also die da leiden sollten, ja, in diesem Leben, ja, diese Prüfungen auf sich bekommen, ob das mit dem Vorfahren auch zu tun hat, das weiß ich nicht, ja, aber, oder auch den eigenen Werken, bevor man, glaube ich, geworden ist, kann alles mit da hineinspielen, will ich alles so nicht ausschließen, ja, aber, dass wir es mal hier so gehört haben, ja, dass halt Christen nicht sich darauf verlassen können, ja, uns wird nichts passieren, wir glauben ja an Gott und deswegen wird alles gut werden. Das ist so nicht gegeben, ja, dass da ein Versprechen ist oder, ja, was Gott sagt, jeder wird da keine Probleme haben. Deswegen sollen wir uns ja standfest werden, stehlen, also stehlern, ja, also uns abhärten, ja, und auf dem Grund, ja, das Fundament stehen und uns darauf gründen, was die Wahrheit ist. Darauf sollen wir aufbauen. Vers 11. Ihm sei die Herrlichkeit und die Gewalt für die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen. Ja, bei Gott ist das Lob, der Lob preist die Ehrlichkeit und das sollen wir hier immer auch bedenken. Vers 12. Durch Silvanus, euch des gläubigen oder treuen Bruders, wie ich schätze daher wenige Worte, die ich schreibe, zusprechen und bezeugen, dieses ist wahre Gnade des Gottes in ihr, welche ihr steht. Das gehört halt dazu, Gnade. Gnade, wir haben die Sohnschaft empfangen und es ist Gnade, sowohl zu Unrecht zu leiden, als auch von Gott begnadigt zu werden, aus den Situationen auch wieder herauszukommen, die aussichtslos stehen. Vers 13. Es grüßt euch die in Babylon Mitauserwählte und der Markus mein Sohn, sagt der Petrus. Ja, man kann davon ausgehen, dass hier Petrus sich zu der Zeit im Babylon aufhielt. Ja, da gab es auch Juden und Beschnittene, ja, zu seiner Zeit, wo er den Petrusbrief verfasst hat. Ja, und er sagt, die Mitauserwählte, ja, also irgendjemand ist da wohl mit gemeint. Man geht davon aus, oder ich gehe davon aus, dass es hier um die, ja, zwei Häuser geht, das Haus Israel und das Haus Judah, die sie zu Christus gefunden haben. Entweder das Haus Judah-Anteilige haben zu Christus gefunden oder halt, ja, das Haus Israel-Teile daraus haben zu Christus gefunden, die vielleicht vor 2000 Jahren noch wussten, aus welchem Haus sie stammen, also welche Geschlechtsregister auf sie gemünzt waren. Ja, und deswegen habe ich den Klammern Ohola geschrieben, weil das eine Umschreibung ist aus dem Buch Ezekiel für die beiden Häuser. Und der, wie gesagt, Markus hier, ein Sohn von Petrus, ja, der, wie gesagt, der Pastor war. Und da brauchen wir natürlich auch Kinder und gläubige Kinder. Ja, sonst kann man gar nicht Pastor werden. Dementsprechend hier haben wir das Beispiel auch dafür noch gegeben. Vers 14, grüßet einander in Freuden, Liebe, Frieden, euch allen denen in Christus Jesus, Amen. Ja, die Glaubensgeschwister, dass die hier die Anteile haben, dürfen von der Ewigkeit hier natürlich dann auch mit zur Familie zählen. Und so soll man untereinander dann auch wandeln. Ja, das war der Petrusbrief der Erste, ja, von Silvanus wahrscheinlich geschrieben, hier von Petrus diktiert an, ja, die allgemeine Gemeinde der Welt, ja, die an den Inhalt der Bibel glauben. Ja, wir werden beim nächsten Mal so Gott wir uns mit dem zweiten Petrusbrief auseinandersetzen, ja, und wenn es hierzu noch Fragen gibt, nutzt den Kommentarbereich Kontaktmöglichkeiten. Wie auch immer, nutzt alles, was hier angeboten wird, ja, wenn ihr noch Fragen habt, ja, oder schaut euch auch vielleicht noch mal komplett den Brief an, kann auch nicht schaden. Und wenn ihr diese Dienstarbeit, die Aufklärung, die Lehre unterstützen wollt, als Wahrheitssuchende oder als schon gefestigte Christen, wie auch immer, könnt ihr das gerne machen. Die Informationen dazu findet ihr unter dem Informationsbereich unter dem Video, meine Lieben. Dann also bis zum nächsten Mal wünsche ich euch Gottes Segen und Gnade und Frieden im Namen Jesus Christus. Amen.